Aus Interesse und damit die schulpflichtigen Kinder ein adäquates Nachschlagewerk nutzen können, kaufen die Ecksteins Enzyklopädien und im weiteren Verlauf facsimile Editionen bei dem Vertreter ihres Vertrauens. Das Internet ist noch nicht ausgereift und die erworbenen Nachschlagewerke stellen eine der wenigen Möglichkeiten dar, sich weiterzubilden. Frau und Herr Eckstein sammeln mit Leidenschaft Bücher. Über die Jahre haben sie etliche Enzyklopädien aus dem Bereich Bildung und Wissen sowie kunsthistorische Facsimile angehäuft und dabei ein wenig den Überblick verloren. Ganz klar, sie benötigen für ihre teuren und exklusiven Werke ein geordnetes Verwaltungssystem und eine professionelle Registrierung. Herr Eckstein liest seinem Enkel Roman gerne aus seinen Naturbänden vor. Der wissbegierige Roman stellt viele Fragen und Herr Eckstein beantwortet ihm diese liebend gerne. Frei nach dem Motto, was gibt es Besseres als Bildung und Wissen innerhalb der Familie weiterzugeben, möchte er seine gesammelten Werke in Zukunft an seine Enkel vererben. Um Transparenz in seine Bibliothek zu bringen, hat er vor Jahren mit Digitalpartner den geeigneten Ansprechpartner gefunden und seine Bibliothek registrieren und archivieren lassen. So erhalten alle Familienmitglieder Einblick und Transparenz. Roman, der mittlerweile selber Familienvater ist, hat die Sammlung seiner Großeltern geerbt. Weder er noch seine Kinder haben Verwendung für die Bücher. Alleine der Platz in ihrer Drei-Raum-Wohnung reicht nicht aus. Schweren Herzens entscheidet sich die junge Familie, die Werke der Ecksteins zu veräußern. Ob Sie eine professionelle und strukturierte Möglichkeit zur Auflistung und Archivierung Ihrer gesammelten Werke benötigen, ob Ihre Werke innerhalb der Familie weitergegeben werden oder ob Ihre Sammlung veräußert werden soll, in allen drei Fällen kommt Digitalpartner ins Spiel. Digitalpartner unterstützt Sie dabei, Ihre gesammelten Werke zu erfassen, zu verwalten und zu präsentieren. Kontaktieren Sie uns. Unser professionelles und hilfsbereites Team steht Ihnen gerne zur Seite.